Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft Apex. Mit dabei der Alex. Hallo. Pierre. Hallo. Der Julian. Hallo. Der Rusty. Servus. Und natürlich noch der Deiner. Hallo. Und ich, hallo. Interessant wird es dann übrigens, wenn wir irgendwann mal mit 20 Leuten sind. Ja, das ist interessant. Und wir dann mal eine gemeinsame Folge machen. Also ich konnte mich ja heute schon erfolgreich drücken, vorm Anmodo gehen. So, wir machen jetzt unseren Marktplatz weiter, denke ich mal, oder? Ja. Ja, also ich brauche Polizei weiter. Genau, du machst Polizei. Beziehungsweise fangen wir an. Ihr macht den Marktstand. Ich mache hier noch ein bisschen die Umrandung. Damit das alles ein bisschen hübscher aussieht. So. Ja, und, äh, ich bin immer noch beim Feld. Im kleinen Feld. Ich glaube, es hat insgesamt alleine 1200 Blöcke. Dieses Profi-, also pro Material sozusagen. Hat der mir noch ein bisschen Erde übrig gelassen? Ich muss ja leider sagen, dass nix mehr da ist. Wir haben jetzt insgesamt, glaube ich, 30 Stacks Erde hier verbraten. Minimum. Ich kann euch noch vier geben. Drei. Ja, wenn du noch Erde bräuchst, ich habe jetzt auch bei mir am Leuchtturm noch genug Erde. Ja, ich brauche schon so ein bisschen zum zukippen jetzt wieder. Ich muss ja auch bei mir ein bisschen zukippen und dann wieder abbauen. So ein paar Sticks raus schon mal. Ja, dann geh einfach bei mir hoch, da wo der Brunnen ist. Da steht da links nur so an die Kiste, da ist genug, äh. Sieht aber schön aus, was ihr gebaut habt. Oh, wie geht hier los? Noch alles im Weg, okay? Oh ja, da müssen wir eigentlich auch mal alle gucken. Auf der Vorlage von Antonia. Was die anderen so gemacht haben. War euch schon nichts Spannendes gemacht. Ich habe nur Akadienholz vervielfältigt, weil wir da nur ein Setzling von hatten. Aber Akadienholz ist ziemlich beschissen zum Anbauen, weil es irgendwie kreuz und quer wächst. Die Baumstämme sind ja sogar versetzt voneinander, ähm, wachsen die. Ja, genau. Bisschen nervig für eine Baumfarm. Ich glaube, dem gebe ich dann auch extra viel Platz, einfach nur. Extra viel Abstände. Ja, ich glaube, den Zaun lassen wir mal weg. Ähm. Lass auch, muss. Lass auch nichts. Mannenl, die Mähten sind auch fertig. Da, thar okay. Der Pass der Stadtsäte zu Rund Meternl, rosa Wolle. Aber jetzt mal vier Stück genau das ist. Jörg die Problem. Uh, ah, sieht auch schon ein Wesen nach Marketz auszuhören. Ja. Ja, na ja. Schon langsam, na, wie wieviel ein Wunder brunnen in der Mitte? Das macht der Rusty. Okay, ich mach ihn mal da drüben. Was kommt hier rein? 1, 2, 3, 4. Polizei. Willst du dann hier außen noch einen Weg machen oder wie? Die Gesetzeshüter. Ich überlege gerade hier außen. Außen habe ich kein Wasser gesetzt. Das wäre ja komisch. Sieht aber wirklich schon aus der Maus. Chris, wir müssen dann ein Casting ansetzen für die Polizei, gell? Ja, wie bei Altes, ne? Der Polizeianwärter? Der muss auf ihr endet der Weg von dem anderen Feld. Ach übrigens, wir haben eine Währung. Oh. Okay. Ja. Eumel. Okay. Das heißt, ein Weizen kostet zwei Eumel. Voll coole Währung, oder? Ja. Ja. Sagt nichts Falsches gegen die Währung. So was fände ich auch mal lustig. So was fände ich auch mal lustig. Irgendwer mal, wie ist das, richtigen Marktstand gebaut, wo so zwei Eisen irgendwie, dass man zwei Eisen bezahlen muss und dafür ja irgendwas bekommt halt eben. Das ist auch mega komplex, wenn man sowas machen will in einem Redstone. Aber es hat funktioniert. Hey, jetzt haben wir schon so ein bisschen eine Umrandung. Ich überlege gerade, er sitzt mir da oben drauf auch. Ja, ich glaub schon. Ich überlege. Wollen wir mal die Polizei ein Stück hochsetzen, oder? Natürlich, aber wo muss ich ein bisschen unternehmen? Wo setzt denn die Polizei hin? Wie? Sagen wir, das soll eine Polizeistation werden, Julian. Eine richtige Polizeistation. Oh nein, ich hab keine Bescheid, doch ich hab Bescheid. Wir haben genug in den Tron, Antonia. Mehr als genug. Aber eine der Truhen sind keine Büsche. So. Hm. Also ich seh ein paar Sechs in der Truhe. Ich weiß, ich hab da selber euch die gar nicht gehört. Baut Antonia denn da oben alles zu mit Büschen? Äh, ich mach den Weg gerade ein bisschen hübscher. Ah ja. Hey. Was denn? Hey. Oh. Kannst du nicht aufnehmen oder was? Sauber. Nee. Du hast da OP-Reste. Arsch mich nicht hier. Hey. Hier muss auch noch irgendwas hin. Irgendein Gebäude dann. Ach nee. Neben die Polizei. Was setzt man denn da hin? Was denn? Das Gefängnis. Das Gefängnis, ja. Fuck, kann dein Spiel ab oder was? Nein, nein. Ich hab glaub ich nicht so oft auf die Truhe geklickt, die öffnet sich jetzt nochmal wieder. So. Geil. Ich steh hier draußen und die Truhe öffnet sich nochmal. Geilo. So. Ehm, was soll das hier hin, Antonia? So. Ja, das ist eben die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein kleines Gebäude. Ja, ähm, Garage für die Polizeiautos? So mal grob gefragt. Ähm, nein. Finden wir dann morgen einen Stall für die Polizei Pferde. Ja, Pferde. Für die Kuschi. Pferdestall haben wir doch schon. Jaja, deswegen ja. Aber ist gar nicht schlecht, wenn man dann nochmal so einen zweiten hat. Weil... Weil der jetzige ist ja schon voll, ne? Ja. Wo brauchst du noch ein paar, ähm, Raptors? Die Karotten könnten wir eigentlich einfach am Feld daneben auch mal... Geil, Bratkartoffeln. ...bisschen kleiner machen. Geil, Bratkartoffeln. Oh. Hast du Erde abgebaut hier? Eine Höhle entdeckt. Äh, ja. Ich wollte da den Kieschen sitzen, das meint, weil ich hab keine Kieschen mehr. Ich dachte, warum läuft das Wasser raus? Chris, hast du keine Samen mehr? Was hab ich? Keine Samen mehr. Nee. Also ich konnte nicht das ganze Feld bepflanzen. Scheiße. Aber es ist schon einiges reif, insofern... Fast alles. Insofern, äh, kann man dann ja demnächst das ganze wieder vermehren. Und hier kommen dann die Karotter und die Kartoffeln? Genau. Hm. So. Ui. Ich glaube, ich würd nochmal Steinzieger brauchen. Wenn mir immer wer Stein drin kann. Ich hab noch ein bisschen Steinzieger. Ja, ein bisschen wird aber glaub ich nicht für die Fläche reichen. Oder? Äh, soll ich dir mal welche herunterschmeißen? Ja. Okay. Sehr schön. Danke. Ich kann mal kurz was brennen. Ach, ja. Patzen wir ja wirklich alle meinen Projekten vertieft, ey. Ach, ich seh grad, hier ist er, hier ist er, das fällt noch gar nicht fertig. Hier fehlt noch Erde. Wo? Ähm. Ach, genau. Ja. Ja. Wird aber wirklich nicht reichen. So wirst du jetzt noch. Wir hatten hier Glas, Glas gebrannt. Nee. War keiner. Ich hab nur Stein gebrannt. Ja. 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 Du kannst du, kannst du dein Gebäude um eins kleiner machen? Wie jetzt um eins kleiner machen? Ja, guck mal, weil das hier mit dem Rand nicht hinhaut. Ansonsten muss ich den Rand um eins nach hinten verschieben. Dann zieh ich's auch so rüber, ansonsten sieht's scheiße aus. Um eins kleiner machen. Ja, geht das oder, oder geht das nicht? Ist machbar ja. Hast du noch Erde gerade? Okay. Zwei Stacks und ein bisschen. Dann ist es hier schön abgeschlossen. Ich hab mir nur vier Stacks von Rusty genommen. Kannst du einmal hier das Loch nur zumachen? Moment. Dann fang ich mal an, hier die Büsche rumzuziehen. Jo, danke. Wir sollten mal austauschen, sonst haben wir hier gleich ne Party. Macht nix. Ich hab, ich hab kein Problem mit Partys. Gibst du langjährige Erfahrung? Du brauchst das jetzt, ja? Okay. Gut, äh. Ja. Das ist hier die Hauptfläche. Ach ja. Dieses kleine Feld, was hier gerade entsteht. Ja, minimal. Nur für den Eigenbedarf. Ja, das ist ja nur mein privates Feld hier. Ja. Ich hab noch nie so viele Hosts verbraten. Hast du überhaupt schon mal eine verbraten? Ne, eigentlich nicht, weil... Eigentlich halten die ja unendlich lange fast. Mhm. Mhm. Ja, so, jetzt brauch ich mal... Nee. Kannst ja, ähm... Efficiency drauf... Ne, oder Haltbarkeit drauf verzaubern. Das lohnt sich nicht. Du müsstest eine Dia mal machen. So eine Dia-Ho. Das macht doch auch keiner, oder? Ich hab, ich hab jetzt einfach Steinhoes gemacht. Ich kann mir ja immer wieder neue machen. Was? In unserer privaten Welt. Ja, irgendwann hat... Ja, toll, wo wir vier Stacks Dia ist, oder so. Einfach nur rumliegen hatten. Hab ich auch mal eine Dia-Ho gemacht. Ist doch egal. Oh, nützlich. Ja, wenn man zwei Stacks Diamanten... Äh... Vier oder fünf, keine Ahnung. Ich hab jetzt alleine schon wieder drei Hoes verbraten. Wir haben ja... Wir sitzen ja auch hier auf zwei Stacks Diamanten. Ist ja nicht so. Na wohl. Julian? Ja? Ich hab nur noch Steine für dich. Du dürftest Kies mitbringen. Oh ja. Kies? Okay, kann ich machen. Werf rein hier. Ich hab das gerade hier eingebrochen. Oh, keine Erde mehr. Oh, da sind noch Steine am Braten. Ja, gut, das reicht ja. Hier kommt ja jetzt eh noch Holz hin. Hast du die Cobbles sonst rausgenommen? Ja. Wir brauchen Cobbles. Braucht ihr noch Erde? Was? Nee, nee, wir sind jetzt fertig. Wir sind fertig. Okay, ihr braucht nur noch Kies, ja? Ja. Okay, wie viel denn in etwa? Ähm... Eigentlich... Eher viel oder eher nicht so viel? Nee, 20 Stück dürfte reichen. Ach so, okay. Ist nicht mehr so viel. Dann komm ich mal vorbei. Oh. Okay, jetzt hab ich glaube ich genug Haus. Wir haben ja wieder so Holztüren-ähnlich gemacht. So shift-mäßig. Oh. Egal, die gehen eh alle hier drauf. Aber jetzt kommt ja noch gleich das Karottenfeld. Das ist ja mindestens dreimal so groß. Und jetzt hier so ein Feld neu bepflanzen. Ich baue hier auch grad mal stufenweise wieder Erde ab. Ansonsten wird's eh zu groß. So. Hey, wow. Krass. Was denn? Ähm, die Felder sind überhaupt nicht übertrieben oder so. Nein, nein. Hallo, es gab schon Leute, die haben genauso große Felder geworden noch automatisch. Das ist das einzige Problem, was ich jetzt hab. Und das ist, obwohl sie auf einer Welt alleine gespielt haben. Der Eingang ist richtig unsemitrisch. Möchtest du da irgendwas mit andeuten? Der Eingang ist richtig unsemitrisch. Unsemitrisch. Okay, dann ist gut. Ich hab mich noch selbst schon oder so was aktiv gemacht. Ja, müssen wir mal zählen, wie die Blöcke sind. Weiß. Du weißt aber ganz genau, was gemeint war. 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 Ja, ja. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Das heißt? Das nehm ich mir bis heute noch böse. Kriegen wir nicht symmetrisch? Egal. Krass, was ihr hier vorhabt. Stimmt. Alex, was machst du denn du da? Hier, stufenweise runterbauen. Ach so. Um erstens wieder ein bisschen Erde zu kriegen und zweitens, weil das ja hier viel höher ist. Kann ich dir ein bisschen helfen? Hm? So. Mit wem redest du? Grüß. Ach ich? Hm? Brauchst du ne Hole? Ich hab mal ein paar. Ich hab eine. Ich hab nur ein paar. Jetzt werden sie wieder los. Die kostet auch nur 5 Eumel. Juhu, Höhle gefunden. Das ist ähnlich wie mit den Zauntoren. Jaja. Du Scheiße. Weißt gar nicht, haben wir da überhaupt noch welche? Oder sind die mittlerweile alle weg? Juhu, wir haben ne Höhle. Also im Notfall habe ich alleine oben bei mir glaube ich noch 2, 3 Stacks. Okay. Scheiße. Hat wer los dann noch? Ey, hier oben kommen auch noch ein paar. Minispasti-Zombie hier. Hallo? Ja, wir hatten kein Monsterproblem schon wieder. Oh oh. Sieht echt knapp aus. Da kannst du gerne farmen gehen. Wir sollten die alle mal zubauen. Nee, nee. Okay, meine ist kaputt. Frisch, eine? Die Erfahrung mach ich nicht nochmal. Eine reicht, eine reicht. Danke. Ja, das sagst du jetzt. Die halten gar nicht so lange. Ja, stimmt schon. Man täuscht sich da ganz schön. Nö. Aber ist das doch nur so ein kleines Feld hier. Hast du Cable Stone dabei? Ähm. Ich habe den hier. Normaler Stein. Ja. Ja, ich habe auch einen normalen Stein dabei. Hm. Okay. Achso, wegen der Spitzhacke. Dann bauen wir hier einfach alles zu wieder. Also die ganze Höhle hier zu meine ich. Wenn du genug hast. Okay, gerade das Stück. Ja, Stufenmeißen. So ruhig geht's. Irgendwie. Na, meine Hau ist kaputt. Ich muss ja so im Endeffekt weitermachen. Achso. Sorry, ich habe es wieder nicht geblickt. Warte, warte, warte. Warte, warte. So, ich guck mal, ob ich die andere Seite noch ein bisschen mache. Hier sind wir eigentlich relativ. Ähm. Ist das die selbe Höhe? Nee, ist nicht. Also, ich muss sagen, ich bin jetzt nur noch hier der. Ja? Das haut hier nicht hin. Was haut nicht hin? Hier. Mit der Bewässerung. Ja. Das haut hier nicht hin. Achso, stimmt. Das sind drei, zwei, zwei Reihen zu viel. Nee, nee, dann hat Anton ja zu weit gehakt. Achso. Wie weit wird man gehakt? Und da ist ja vier, vier Blöcke weit. Achso, nur vier, okay. Also, ich bin über der Polizistisch. Also, die Schicht müssen wir dann schon, äh, Erde machen, weil es so ein Scheiß aussieht, ne? Also, diese Schicht, die man dann sieht. Ja klar, mach mal deine Polizeistation fertig. Ja, und die eigene Einrichtung kann werden. Also, wenn du was brauchst, ich habe es wieder, äh, okay. Gut, nicht so viel eigentlich. Oh. Geht aber auch schnell rum, ne? Ja, vor allem, wenn wir alle in unseren Projekten so gefangen sind. Ja. So, ich habe voll, wie oft man hier irgendwelchen Müll aufsammelt, nur weil hier irgendwelche Zombies kommen, die man klatschen muss. Würdest du da noch Weg? Äh, Weg bin ich nicht zuständig. Ja, ich denke mal, hier kommt noch ein paar andere rum, ja. Okay, dann, hier, möchtest du es eben weggraben? What? Da war ein Küper. Ja, okay. Wo war denn, wo kam denn der jetzt her? Keine Ahnung. Du, du, eine Sau. Ich habe nur die Explosion gemerkt, ey, was für ein Scheiß, ey. Bestimmt ja aus dem Dach, oder? Ne, das ist ja zugebaut. Oh. Wie scheiß. Eigentlich kann man die ganzen Block jetzt nach vorne abbauen, ne? Das ist jetzt die Stufenmäßigkeit und ich habe jetzt, ja. Das ist noch pur abbauen. Oh. Nein. So, so, so. Dann würde ich sagen, warst du das, oder? Ja. Ja. Dann hole ich dich auch mal irgendwann hole ich ins Bett. Ach, das gehst eh noch nicht. Ja, ich war aber komplett durchgemacht und habe heute sieben Stunden schon vor Apex aufgenommen. Äh, ja. So lang ist der Magran es schon. Gut, dann soll das mal für die heute gewesen sein. Ich werde jetzt offline hier auf jeden Fall noch die, die Holzverkleidung soweit fertig machen und ein bisschen ausleuchten. Erst mal gucken, komm. Und natürlich das ganze bepflanzen. Uff. Weil das ist, das ist ja nochmal, nochmal ein Akt, der nicht ganz so spannend ist. Hey, hier ist ein Schaf. Ja. Ja, das ist die ganze Zeit schon hier. Ihr müsst das irgendwie auch nochmal randen. Nein, du hast es tot gemacht. Das gehörte dazu. Das war so süß. Das gehörte dazu. Brennen. Haui. 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 Habt ihr noch irgendwie vor, die Felder zum randen? Also wegen sowas wie gerade? Also Tieren? Äh. Sonst dappen die euch dauernd drauf. Na, eigentlich haben wir keine Tiere rumzurennen, weil die sind in den Feldern. Eigentlich. Aber das soll es mal für diese Folge gewesen sein. Man kann dann auch überlegen, wie man das Ganze umbaut. Und hier hinten fehlt übrigens auch noch ein Stück Weg, sehe ich gerade. Ähm. Ich glaube, das hier machen mache ich auch mal irgendwie Offscreen hier. Mit den ganzen Berg hier runter klatschen. Gut. Das soll es, wie gesagt, jetzt gerade gewesen sein. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei Minecraft Apex. Tschüss. 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 Tschüss.